Die Strom- und Nebenkosten werden immer teurer. Energiesparende Lösungen helfen der Umwelt und man spart Geld dabei. Doch wie senkt man den Stromverbrauch und woraus bestehen die Nebenkosten bei einer Mietwohnung? Die Nebenkosten sind ein Teil der monatlichen Miete. Die monatliche Miete teilt sich einerseits für den Mietpreis für Ihre Wohnung und die Nebenkosten. Die Nebenkosten wiederum werden unterschieden zwischen kalten und warmen Betriebskosten. Die warmen Betriebskosten sind für die Heizung und warmes Wasser. Wenn in Ihrer Wohnung aber warmes Wasser über zum Beispiel einen Boiler oder Durchlauf erhitzt wird, spricht man von einer dezentralen Warmwasserbereitung. In diesem Fall zahlen Sie die Kosten direkt an Ihren Versorger. Wird auch bei Ihnen in der Wohnung die Heizung dezentral gemacht, das heißt über zum Beispiel eine Gasetagenheizung, haben Sie überhaupt keine warmen Betriebskosten und zahlen auch das direkt an Ihren Versorger. Die kalten Betriebskosten sind Kosten für das Treppenhauslicht, für die Reinigung, für Versicherungen, Steuern, Rauchmelderwartung, also alles was Ihnen noch Ihr Vermieter anteiligen in Rechnung stellen darf. In Deutschland bekommen Sie Strom von Ihrem Grundversorger. Das ist das Unternehmen an Ihrem Wohnort mit den meisten Kunden. Der Vorteil ist, es erfolgt automatisch, die Laufzeiten sind relativ kurz, aber meistens ist es auch der teuerste Tarif von dem Anbieter. Sie haben aber auch die Möglichkeit, bei Ihrem Grundversorger einen sogenannten Sondertarif abzuschließen. Auch können Sie auch einen anderen Versorger wählen, den sogenannten Fremdversorger. Auch da ist es möglich, Sondertarife abzuschließen. Wenn Sie einen Stromanbieter suchen, achten Sie aber bitte auf die Bedingungen, Kündigungsfristen, Laufzeiten und natürlich auch auf die Preise, weil die sind von Anbieter zu Anbieter und von Tarif zu Tarif unterschiedlich. Strom ist in Deutschland sehr teuer. Je nach Anbieter zahlen Sie zwischen 27 und 32 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde. Das ist der sogenannte Arbeitspreis. Hinzu kommt noch der Grundpreis, das ist also der Betrag, der im Jahr anfällt, unabhängig davon, wie viel Strom Sie verbrauchen. Der liegt gewöhnlich zwischen 0 und 200 Euro. Endgültig bezahlen Sie Ihren Strom über die Jahresabrechnung. Damit aber dann nicht so ein hoher Betrag zustande kommt, wird vorher schon in monatliche Raten, die sogenannten Abschläge, unterteilt. Dazu nimmt Ihr Versorger einen Wert an, den Sie in der Zeit verbrauchen. Hat er keine Erfahrungswerte, schätzt auch Ihren Wert und berechnet daraus die Abschläge. Als Beispiel können wir eine vierköpfige Familie nehmen, die ihr warmes Wasser über Strom erzeugt. Unter der Andame, dass 4200 Kilowattstunden Strom verbraucht werden, nimmt man diese Summe, die dann mit dem Arbeitspreis multipliziert werden und der Grundpreis hinzuaddiert. Das Ergebnis wird dann durch 11 geteilt, weil meist im zwölften Monat die Jahresabrechnung erfolgt. Was rauskommt, ist der monatliche Abschlag. Jedoch ist das keine Pauschale, sondern nur aufgrund der Annahme von einem Verbrauch von 4200 Kilowattstunden Strom im Jahr entstanden. Das heißt, verbrauchen Sie weniger, bekommen Sie Geld zurück, verbrauchen Sie mehr, müssen Sie nachbezahlen. Deswegen empfehlen wir, regelmäßig Fotos von Ihrem Zählerstand zu machen, um den Verbrauch zu kontrollieren und wenn Sie merken, dass Sie mehr verbrauchen als ursprünglich angenommen, die Abschlagszahlung anzupassen, damit es nicht zu einer hohen Nachzahlung kommt. Um Energiekosten zu sparen, muss man seinen eigenen Verbrauch kennen. Das ist am einfachsten, indem Sie monatlich Ihren Zähler ablesen und so Ihren Verbrauch berechnen können. Natürlich ist auch ein günstiger Versorger, sparsame Geräte und ein sparsamer Verbrauch wichtig beim Einsparen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Geräte, die Wärme oder Kälte erzeugen, die mit hoher Leistung laufen oder dauernd im Betrieb sind, hohen Energieverbrauch und somit auch hohe Kosten verursachen. Bei der elektrischen Warmwasserbereitung fallen besonders hohen Verbrauch und somit auch Kosten an. Meist sind in den Wohnungen elektrische Durchlauferhitzer oder Boiler installiert. Ich erkläre mal kurz den Unterschied. Der elektrische Durchlauferhitzer erhitzt in dem Moment das warme Wasser, indem Sie den Wasserhahn aufdrehen. Verschließen Sie wieder den Wasserhahn, beendet auch der Stromverbrauch. Beim Boiler ist es hingegen so, dass es wie ein Tank zu sehen ist, in dem warmes Wasser bereitet und vorgehalten wird. In dem Moment, wo Sie den Wasserhahn aufdrehen, kommt warmes Wasser hinausgelaufen und der Tank füllt sich wieder mit kaltem Wasser und erhitzt sich wieder auf die gewünschte Temperatur. Verbrauchen Sie kein warmes Wasser, kühlt auch der Inhalt des Tankes ab und erhitzt sich immer wieder auf die gewünschte Temperatur. Somit verbrauchen Sie auch bei einem Boiler dann Strom, auch wenn Sie kein warmes Wasser benutzen. Wir empfehlen, besonders bei langer Abwesenheit und seltener Nutzung, den Boiler komplett auszuschalten, damit kein Stromverbrauch anfällt. Für beide Geräte gilt, die Temperatur so niedrig einzustellen, dass Sie kein kaltes Wasser beimischen müssen und so auch keine Mischverluste haben und den Boiler auch nicht unnötig hoch aufheizen. Heizen mit Strom ist sehr teuer. So verbraucht so ein kleiner Radiator oder Elektroofen bei 6-stündiger Nutzung am Tag über 100 Euro Stromkosten im Monat. Deswegen vermeiden Sie mit elektronischen Geräten zu heizen, nutzen Sie lieber die Hauptheizung in Ihrer Wohnung. Auch Kühlen erfordert sehr viel Energie. So ein kleines Raumklimagerät verbraucht bei einer 10-stündigen Nutzung am Tag auch über 117 Euro Strom pro Monat. Deswegen empfehlen wir, die Räume zu verschatten, das heißt tagsüber abzudunkeln, nur nachts zu lüften und wenn erforderlich, mal mit einem Ventilator für frische Luft zu sorgen. Der Standby-Verbrauch von Geräten, das heißt also der Zustand, in dem das Gerät nicht wirklich aus ist, sondern auch irgendwo eine kleine Lampe leuchtet und im Bereitschaftsmodus ist, darf man nicht unterschätzen. Zwar verbraucht das einzelne Gerät nicht sehr viel Strom, aber wenn Sie im Durchschnitt bei einem Drei-Personen-Haushalt in Deutschland schauen, liegt das ungefähr bei 100 Euro im Jahr. Und das Problem ist mit einer schaltbaren Steckdosenleiste, die Sie für unter 10 Euro im Bau- oder Elektromarkt bekommen, zu lösen. Schimmel ist nicht nur unansehnlich, sondern auch gesundheitsgefährdend. Besonders für Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder Senioren, kleine Kinder oder natürlich auch Allergiker. Schimmel kann dann entstehen bei hoher Luftfeuchtigkeit, die sich dann in kalten Ecken oder auch an Außenwänden niederschlägt. Als Beispiel kann man eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank nehmen. Nehmen Sie eine Flasche aus dem Kühlschrank, bildet sich innerhalb von kürzester Zeit Tropfen an der Flasche. Das ist die Feuchtigkeit, die aus der Luft an dieser Flasche kondensiert. Also bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 80 Prozent, vor allem an den Außenwänden und in kühlen Ecken, kann schon Schimmel entstehen. Und zwar auch dann schon, wenn in der Raummitte deutlich trockenere Luft herrscht. Deswegen gibt es die Empfehlung, dass in der Raummitte maximal 60 Prozent Luftfeuchtigkeit herrscht. Aber auch das ist keine pauschale Angabe, weil es kommt auf Ihre Wohnung und auch natürlich aufs Gebäude drauf an. Am besten vermeidet man Schimmel, indem man regelmäßig lüftet. Es wird empfohlen, mindestens viermal am Tag, je nach Jahreszeit, zwischen 5 und 30 Minuten Stoß zu lüften. Stoß zu lüften bedeutet, möglichst zwei gegenüberliegende Fenster zu öffnen, damit die Luft komplett ausgetauscht werden kann. In dem Moment, während Sie die Fenster offen haben, stellen Sie aber auf jeden Fall Ihre Heizung runter, damit da keine unnötigen Heizkosten entstehen. Wenn Sie die Fenster wieder geschlossen haben, können Sie auch wieder die Heizung aufdrehen. Im Winter ist die Außenluft kälter und kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen reicht es auch im Winter etwas kürzer zu lüften. Jedoch, wenn Sie in der Wohnung duschen oder kochen oder auch Wäsche trocknen, steigt die Luftfeuchtigkeit an und die muss natürlich auch schnell wieder aus der Wohnung raus. Haben Sie keine Möglichkeit, Stoß zu lüften, können Sie die Fenster auch auf Kipp stellen. Jedoch dauert es deutlich länger und es ist ganz wichtig, die Heizung runterzudrehen und erst bei geschlossenem Fenster wieder die Heizung anzustellen. Unterstützung können Sie bei der Verbraucherzentrale bekommen. Wir haben extra drei Beratungsangebote eingerichtet. Das ist zum einen die Energieberatung. An die Energieberatung können Sie sich wenden beim hohen Verbrauch, bei Fragen zum Heizen, zum Stromverbrauch, aber natürlich auch zu stromsparsamen Geräten und sparsamen Verhalten. Dann haben wir die Energierechtsberatung. Hier bekommen Sie rechtliche Unterstützung, wenn Sie Probleme haben mit Ihrem Versorger oder mit der Abrechnung oder bei einem Anbieterwechsel. Und zuletzt die Energiekostenberatung. Wir beraten einkommensschwache Haushalte und Haushalte mit besonderen Belastungen, die Probleme haben, Ihre Stromrechnungen zu bezahlen. Auch wenn Sie von der Sperre bedroht sind oder schon gesperrt bekommen haben, sind Sie bei uns genau richtig. Wir prüfen dabei Ihre Verbräuche, die Stromabrechnung und werden bei Bedarf auch unterstützt von Energiejuristen und Energieberatern. Die Beratung ist kostenlos für Sie. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017